Hallo Leute, willkommen zurück zu einer quasi neuen Staffel kann man ja sagen, weil unsere Staffeln sind ja ehemannendlich. Und zwar spielen wir gerade die neue Map, da ihr seid Zelle, Zelle, ich nenn's Zelle, Soji nenn's Zelle, was soll's. Wenn das dann ist das Soji, der Huse und der Tete, hehehehe. Also hast du jetzt schon richtige Hate-Komplexe in den Leuten ausgelöst. Wieso? Weißt du, wenn einer meinen Ortsteil Zelle nennen würde, den würde ich in den Kopf abhacken, weißt du? Bäm! So, ja, ich lauf auf... Ich bin, äh, achso, ich bin in MG... Ich bin irgendwas mit MG Zelle 2 gespawnt, kein Plan. Aber ich seh was großbürgisches, ne? Ich seh so ein Vierextro. Ja, dann lauf mal rein, weil da bin ich drin. Aber, ähm, du meinst so ein quasi so ne... Wurde quasi vier Runde... Schaut halb aus wie der Reichstag, bloß nicht so zerbobben. Ja, genau, genau, genau. Er ist gut. Aber ich find's geil, irgendwie grad, dass der Server hier so flüssig ist. Ich hab hier 40 Frames, Alter, ist voll awesome. Äh, ich schließ mich jetzt mal euch an, ich werd jetzt auch mal'n Shooter spielen. Äh, der Zett ist kein Shooter, der Zett ist ein Survival. Der Zett ist eine Survival-Simulation, also... Ja, voll die... Ist mir egal, ich spiel'n Shooter jetzt. Ich find' aber, wo Zett ist mehr Shooter als, 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 als Survival. Äh, ich hab'ne Sniper. Hohoho, meine! Ich hab'n M27, Alter. Hohoho, meine, meine, meine... GTA, oder? Deswegen, ich spiel'n. Ich spiel'n. Ich spiel'n. Ich spiel'n. Ich spiel'n. Ähm, nein... So, das war, mein, du, also, mein Zipio ist doch nicht so down, wie ich dachte. Ich weiß, was, was Problem war, äh, Wärmeleidpaste war die Lösung. Aber halt die bessere und nicht dieselbe, natürlich. Also, hast du selbst produziert, Wärmeleidpaste? Hahahaha, Alter. Nein, ich hab' sie mir bei Amazon bestellt. Du wirst dann nicht, aber von Soji, naja, da kann man's ja irgendwie... Ich glaub', ich bin im Supermarkt hier. Soji, siehst du'n Supermarkt, von da, ich, ich bin im Supermarkt. Äh, ich seh' keinen Supermarkt, ich weiß nicht mal, wie die, ich glaub' die Supermärkte sehen, ob der mit anders auskommt. Ah, Soji, ich komm' aus'n Supermarkt raus! Ey, da kommt zwei mit aus'n Gebäude, ist voll scheiße. Ey, Mensch, ich sag' dir, wenn du jetzt nicht sofort hier antrittst, ey, dann nehm' ich die... Weißt du, ich hab' hier überhaupt keinen Rucksack, so. Ich will looten! Ich will looten, verdammt's, lass mich! Ich will looten, verdammt's, lass mich! Alter, voller! Ja, also, also, das wird halt quasi ne neue... Oh Gott, Hilfe! Ach so, Hardy, ich hab' übrigens n' schönes Wannes geschenkt für dich, ne? Also, ich würd' mich jetzt auch ein bisschen verarscht fühlen. Wir machen immer nur 20 Folgen von jeder Map und dann hör' mal auf und reden die nächste. Was ist das für ne Scheiße? Naja, die Nils kommen immer immer neu raus, dafür können wir doch nix. Ja, ich muss gar keine Ausreden bringen. TNT, was hast du für ihn? Was? Ach, so'n Dildofil. Ja, ein Holztödo, aber mit Kringelform. Ach du heilige Scheiße, Alter, was ist da? Ey, ich hab ne Map, BÄM! Sag, was denn? Alter, Alter, das war ewig her, dass ich nur mal ne Map gefunden hab. Gute ohne Scheiße, du stellst dich laut runter und du schreist. Ey, Mensch, ich lauf' hier grad mit, durch'n Ort mit 3000 Zombies an der Hacke. Also sag' mir, wo du verdammt nochmal bist. Warte. Was hast du denn für den Hadi? Bist du in Zelle? Ne, nicht direkt. Das wollte ich grad gar nicht. Lauf! Das war grad die falsche Antwort. So, warte, seh' ich dich? Ich, 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 ich lauf' jetzt zum, zum Schloss dahin. Ja, ich lauf' grad quer durch Zelle mit, keine Ahnung wie viel. Ah doch, ich glaub' ich bin in Zelle schon. Doch, warte mal. Sie, sie, siehst du so'n Betonhaus? Also wie in Schernerus, kann man sagen. Du weißt, das Ege-After ohne Wände? Ja, genau. Die sind die Atze? Nein, das seh' ich nicht. Ich seh' grad' nur... Ah, ich seh' Zombies rennen. Ich seh' nichts. Ich seh' Zombies rennen. Warte, 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 warte. Lauf' mal weiter in die Richtung. Lauf' mal weiter in die Richtung. Ich glaub' ich seh' dich gleich. Ich glaub' ich glaub' ich glaub' ich... Ah, dieses Zeufel. Ich hab' grad' Zombies rennen sehen. Wo bist du hin? Ich hab' grad' Zombies rennen sehen. Alter. Ja, ich seh' jetzt. Ich werd' mich erst mal verbinden müssen. Ja, in welches Haus denn? Oh Gott. So ein komisches Eckenhaus. Das geht ja gut los hier, Alter. Ach, nee. Wir sind nicht die Mission. Ach, boah. Ach, wer durchs Map steht. Äh, ich bin hier an der Schule. Hast du ne Sirene? Ne. Ich bin aber an... Also, ich bin jetzt in der Schule. Wär' natürlich geil, wenn du die Schule sehen würdest. Oder finden würdest. Ich hör' Zombies schreit. Bist du das? Weiß nicht. Läu, ich hör' ne Sirene. Oh, ich hör' die Sirene. Ich hör' die Sirene. Ich hör' die Sirene. Ich hab' schon ne, keine Ahnung, ne Luftabwehrbomben oder so in den Rücken bekommen. Alter, ich hör' echt ne Sirene. Ich geh' mal lieber ins Haus, Alter. Äh, was? Was ins Haus, Mann? Alter, die läuft den ganzen Tag instant. Also, beweg' deinen scheiß Arsch. Ich lauf' schon die ganze Zeit mit der scheiß Irene draußen. Mann. Alter. Seit wann gibt's nen Day Sieg? Nein, nur auf Zähle. Gibt's die bis jetzt. So. Alter, willst du mich verarschen? Da kannst du doch mal ne gute Waffe liegen, ey. Äh, äh, Leute. Was soll ich machen, wenn ich Zombiehunde sehe? Zombiehunde? Was? Was? Wir rennen die Zombiehunde hinterher. Leck mich. Nie im Leben. Scheiße. Soll ich wachen, Mann? Die sind schnell. Seh' ich dich von hier? Scheiße. Hast du nie im Leben ein Zombiehunde an der Hacke? Doch. Was? Alter? Alter, warte. Die muss ich unbedingt diesen Part noch zeigen. Also, beziehungsweise die heutige Aufmerksamkeit. Nö, jetzt hörst du sie nur noch. Also, ich bin jetzt um ne Ecke. Jetzt hör ich sie. Was? Du hörst so das Bellen. Und ich hab's auch schon gesehen, ne? Hör ich was? Ich hör aber nix noch nicht. Du hörst die Sirene. Ja, die Sirene, ja. Aber noch keine Hunde. Scheiße. Ich seh' hier so ein einziges herunter... Ah, ich seh' das Betonhaus. Ah, warte. Ich komm da gleich los. Ich bin grad gebackt, WTF. Ich kenn mich ja jetzt oben hin mit meiner... komischen Sniper. Ein Magazin und werd' alle killen. Oh, steck doch mal, ihr Hurensöhner. Ja, wir besorgen uns ein Auto und dann... Bist du am Betonhaus? Ja, ich bin jetzt im Betonhaus. Ja, warte. Ich lauf da jetzt auch hin. Ich hoffe, Alter. Ich hoffe, wir sind am selben Ort, Alter. Ja, wir sind in der Zelle. Ja, ich seh' jetzt Homies rennen. Die sind da. Du bist da drin. Warte. Ja, die verwirren mich grad. Wie, Hunde? Wo? Ne, Hunde nicht. Okay, ich erschieß dich. Ah, nein! Okay. Oh, wir kommen wieder her. So, hast du was für mich? In dem Endeffekt, dass ich wieder laufen muss und mir verdammt nochmal meine Waffen besorgen muss, ey. Mann, ich war aber schon, ich hab schon Essen und Trinken. Ja, also ich bin voll gut ausgerüstet. Scheide. Oh, meine Sniper. Ach so. Ach so, die gibst du mir jetzt, okay. Ja, ich halte dich, weil... Lange Zeit haben wir nicht mehr. Ja, hinter uns sind... Alter, ich kann ihn nicht taken, doch. Warte. Take M24. So, ich hab so... Okay, wir können los... Okay, wir können loslaufen. Ah! Ja! Dann die Waffe nicht! Ja. Wo bist du? Ich bin schon, äh... Ah, los hier. Okay, wo lang? Ich folge dir einfach, okay? Ja. Ah, ich hab das Snipper! Ja! Mit wie viel Magazin hat die? Ich weiß gar nicht. Oh, geil! Die Küchenglocke! Muss hier wieder jemand? Äh... Da haben mich die Hunde verfolgt. Hier kam sie. Ich hab's nicht mehr so... Alter, wie... Sag so Resident Evil aus. Haha! Alter, wie willst du denn aussehen? Ja, hast du... Ich weiß nicht, welchen Teil... Welche Teile von Resident Evil hast du schon geschaut? Äh... Alle, alle, glaub mal, alle. Ich hab mir alle reingedrückt. Äh... Äh... Ja, hab ich. Hab geguckt. Die Hunde gibt's ja sogar schon im ersten Teil. Siehst du? Jetzt hörst du aufs Band! Ja! Ich hör's! Übel! Übel! Wo sind die, Alter? Hier ist doch mal schnell ein Massenkrab. Lauf einfach mir hinterher. Ich hoffe jetzt nicht, dass die uns verweilen. So, gehen wir mal schnell zum Massenkrab, ne? Leute, wir waren echt, Alter. Ich hör echt... Ey, wollen wir nicht da reingehen? Ja, guck da. Guck mal, komm mal zu mir. Ich weiß, hier sind überall Fliegen, Alter. Boah, das ist krass. Was? Ja, ich besorg mir jetzt nur schnell ne Waffe, darum geht's eigentlich. Alter, hier gibt's echt Hunde jetzt, äh... Was für'n Shit. Aber, ähm, die gibt's... Die gibt's... Aber die gibt's ja nur in Zähle, aber die gibt's ja nur in Zähle, ne? Du hast ja sagt, dass die in China-Rust noch nicht drin sind. Wow, Alter, Zombies vor so RIN! Eigentlich sollten die noch gar nicht drin sein, weißt du? Die Dings hat's aber geschafft. Ja, anscheinend sind sie jetzt drin. Ey, der scheiß Zombie soll herkommen. Komm her, du... Fick de Scheiße. Alter! Du schaffst es, ja? Du schaffst es! Naja, das Problem... Ey, du blutest! Fuck, fuck, du blutest! Das wird anscheinend One-Hit bluten. Ey, du musst mir nachher mal ein Bloodpack begeben. Ich hab' ja Kacke hins. Also wir müssen hier erstmal irgendwie... Oder wollen wir hier reconnecten kurz? Ja, ich hab... Ich hab' nen Rucksack voller Bloodpacks. Achso, du hast schon... Du bist schon voll! Ja, dann lässt du ein Haus laufen, oder so. Ja, klasse, dann komm mal mit. Also in... In was Sicheres. Ja, na, lange halte ich das eh nicht durch. Alter, wieso hab' ich hier zu wenig Frames hier drinnen? Was soll das? Loll! Was ist das denn? Ein kranken... kranken... kranken Dings? Alter! Wieso hab' ich... Wieso hab' ich hier zu wenig Frames, Alter? Das nervt doch. Ebenrat hatte ich so schön viele, jetzt hab' ich so wenig. Damit du darfst das Spiel nicht loben. So. Ähm... Das ist kein Auto, wenn du das jetzt checken willst, oder so. Ich weiß... Also ich hab' jetzt hier schon einmal gespielt, aber nur 5 Minuten. Nee, deshalb war mir dann einmal zu abfuckt. Scheiße, jetzt wird's gleich kritisch. Warum? Mit Blut? Ja. Ich hör' Hunde, Alter. Richtig krank. Nicht das erstmal, als ich... Ich hab' Blute. Ähm... Wir sollten uns... Ah, da ist ein Gebäude. Schule, hast du... Ja, da ist... Ja, da ist schon alles raus. Willst du mich verarschen? Ja. Da war nix drin, also nix gebrauchbares. Äh, mit dem Fern war nix drin. Na, da ist liegt ne Munition drin, aber für die hab' ich keine Waffe halt. So, warte, ich geb' dir jetzt schnell Bloodback, ja. Ah, warte, ich geb' dir gleich. Okay, wir machen das in der oberen Etage. Ja, soll ich dir oder soll ich dir abknallen? Nein, du knallst ihn... Du knallst dich mit nem Sniper ins Zelle rum, Alter. Ich sag's dir. Ja, ja, wie viel spielen die eigentlich drauf? Ne Menge, oder was? Ich bin der Typ mit... ...der Schrottländer, ja. So, dann... Da liegt dir irgendwo Schrottländer. Oh, lol. Ich hatte grad'n Schock-Symbol. Halt. Erschreck mich nicht so. So, Drops ist da, ne? Wir sind Slug, die kann ich alle gebrauchen. So. Ist das für mich Munir? Ja. Äh, auch nicht für dich. Na, so, lass' ich mal weitergehen, sonst kommt der zu mir und wird dich gleich fressen. Ja, komm. Gebärdangst, schwarzen Mann. Uhuhuhu. Dann lass' es hochgehen, ganz nach oben, und dann geb' ich dir schnell das Blattback, und mit dem bin ich hier verrext, ey. Komm her. Ja. So. Oh. Ich dropp' das. Siehst du's? Äh, jo. Geh weg, dann kann ich's noch nehmen. Komm, take it. Take it. Take it. Take it. Du, achte mal auf den Zombie, wär' ganz nice, ne? Na, komm her, du Scheiß-Tvie. Baden-fressende Scheiß-Klumpen. Na, komm schon jetzt! Ja, wie sieht's nie an, Alter? Das gibt's noch nicht. Komm her, du Scheiß-Tvie. Alter, hab' ich mal schreck' grade. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hey, who's the thing? Alter, das Ding. Take Bloodpack. Ja, ja, ja. Genau. Von hier aus gar nicht. Sie ist immer noch da, aber ihr lasst uns ja keine Möglichkeit uns mal was hier zu diskutieren, oder? So, ich geb's, ich geb's dir die jetzt, ich geb's dir die jetzt, ne? Alter, bist du jetzt ne Pussy geworden, oder was? Wer? LOL. Der, der wollte's grad nicht geben. Ich hab' jetzt mit den Anime-Figuren nicht. Oh, Gott, jetzt wird das hier besprochen. Das war ich Anime. Die hast du deswegen. Okay, siehst du was wieder? Siehst du wieder farbig? Ja, ich se... Siehst du wieder farbig. Siehst du wieder viele buntes Marties? Äh, nicht die Definition für dich. Nimm erst die Endfeed-Magazin mit, weil ich glaub' man kann die Endfeed-Magazin umnehmen. Äh, 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 Sascha-Magazin. Combine vor DMR kann ich hier machen, mal. Also, aber nur für die DMR. Äh, wo bist du? Ey, 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 wo bist du hin? Ich bin schon in der zweiten Etage oder so. Alter, wie rennst du denn runter hier? Ich... Ich glaub' ich hinterher, ich bin bei dir. Los, lauf los. Ja, ich bin der Bad-Eyes. Du hast alle weg. Pass auf, dass du nicht vor dem Zombie geschlagen bist. Wobei, ich finde, ähm, welchen Sound... Ja, Gulle fährt vor mich und ich krieg' natürlich einen Stern, Alter. Ja, aber welchen Schrotflinten-Sound findest du realistischer? Den von Derset oder von Warset? Ich find' ja... Ich hab' ja mal... Äh, also, ich hab' mal ein Video gesehen, irgendwie. Da haben die halt irgendeine Schritte... Da haben die die DAO-12 vorgestellt, ja? Ähm... Mitchell, vielleicht gibst du mir mal die... Der Sound hörte sich echt an, wie so'n Stück Plastik irgendwie. Was so an... Was da andauernd so durchrattert hat. Also gar... Gar nicht so krass wie bei... Dings... Ja, warte... Dafür, dass Warset immer... Na, äh... Und ordentlich... Also ein richtiges Spiel ist und keine Mods, ist es ganz schön schwach. Da! Hier! Map! Ja! Weil... Das ist echt... Weil... Der Z ist ne Mod. Das musst du bedenken. Ähm, von hier, da wo ich steh. Ist der eingeschränkt? Ja, warte ich... Da wo ich stand, da kannst du anvisieren. Geh mal ein Stück weg. Geh mal ein Stück weg. Geh mal ein Stück weg, sonst hab ich nämlich von dir das Ganze immer. Ah, da ist es jetzt. Vorsicht, Zombie! Aaaaah! Ey, Huso waren wir eine Rundeplände seit zwei Zocken. Oh, Toolbox! Ey Leute, da ist gerade ein Toolbox gespawnt! Sorry. Ne, ich nehm' die. Hä? Ja, aber... Hauptsache es war erstmal ne Toolbox. Kannst du das mehr Erfahrung? Du bist... Du bist so ein Horst, Alter. Jetzt hab ich's mir extra schon installiert. Ich kenne sogar inzwischen schon jeden Typen... Ey, 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 ey! Wo bist du hin? Kannst du nicht spielen, TeeTee? Wo bist du hin? Wo bist du hin? Wo bist du hin? Das sind 700 mal 800 Kämpfe. Geh, äh, zweite Etage. Alter! Pass aber auf, Alter! Wo komm ich denn da? Wo muss ich denn dann gehen? Das ist, das kann ich nicht spielen, hä? Ja, es ist ein Kämpfe auf ein... Also eine Schlacht sind 700 bis 800 Leute. Was ernsthaft? Krass! Alter, Leute! Äh, äh, Lukas hat das gespielt mit seiner 6000er und es war instant am Ruckeln. Hat er mir so erzählt. Alter! Äh, ich bin jetzt hier auch irgendwo in der zweiten. Also wenn ich hier entsich mit dem Sniper bin, bin ich dann wahrscheinlich. Soll ich es erschießen, ne? Oh, hier ist noch ne Toolbox. Aber wann kommt denn Lukas, ey? Der war, hä, weiß ich nicht. 5 Stunden bis der PC hochkommt.